Die Elisabethbrücke verbindet den ersten Bezirk vom Buddha und den fünften Bezirk vom Pest über die Donau. Die Brücke befindet sich an der schmalsten Stelle der Donau im Gebiet von Budapest und überspannt nur 290 Meter, was für fast 25 Jahre ein Weltrekord war. Sie ist benannt nach Elisabeth Sissi, einer beliebten Königin und Kaiserin von Österreich-Ungarn, die 1898 ermordet wurde. Heute steht ihre grosse Bronzestatue an der Buddha-Seite der Brücke in der Mitte eines kleinen Gartens.